herzlich willkommen zurück zu kristallis und wir sind hier letztens beim boss stehen geblieben beim doofen doofen boss der mir jetzt schon auf den nerven geht und ich werde weiterhin versuchen ihn zu besiegen das wird wahrscheinlich noch 50 folgen dauern aber da müssen wir durch ich kann den grünen dingern ausweichen indem ich mich da in die treppe rein stelle das ist schon mal gut zu wissen der macht immer das gleiche er macht nicht irgendwie ein anderes muss alter dafür bräuchte oben den gefängnisschlüssel wahrscheinlich so ich möchte gern noch eins benutzen und jetzt wird hier weg alter ich werde das jetzt so oft laden müssen schon mal ein habe nehmen immer voll sind eigentlich droppen ein benutzen so oh gott ich ahne schlimmes sicher eine schlimmes bei dem boss ja power und so cool cool da wie mich der einfach mal mit einem seiner muss dreimal und er ist so schnell und ok jetzt muss ich ja es hat voll gebracht kinder das ist ätzend das geht mir jetzt schon auf eier warum ist der so schwer und wenn ich erzählen dass wenn ich ein anderes level ab dass der dann leichter ist bitte vielleicht muss ich jetzt sehe ich noch nicht mal woran ich sterbe wow kacke haben wir irgendwas cooles nicht wirklich ne den schlüssel werden wir jetzt nicht benutzen können glaube ich ich bin da nicht ansatzweise in die richtung gesprungen und dass das so slow-mo mäßig wird weil wegen breit limit ist auch kacke wo kommt die denn her wo kommen die von unten her das ist ja voll unfair ach ach gehst du mir auf eier okay noch eins setzte oh gott hau ab lass mich in ruhe wenn er nicht so viel rum rennen würde wäre das so viel oh gott einfacher renn doch nicht so viel rum oh gott hau ab ich hasse ihn ohne die level habe ich jetzt keine lust ich muss aber wahrscheinlich wahrscheinlich wenn ich level 10 habe oder so dann haue ich den dreimal und dann ist der tot oder so alter wie der mich immer trifft weil man die dinger ja auch so toll sieht man jetzt haben sie die schon grün gemacht und ich weiß gelassen die dinger die er da fliegen ist ja schön für dich lass mich in ruhe ach die dinger kommen ja auch runter vorhin sind sie noch nicht so weit geflogen und wieso fliegen die kreuz und quer die haben kein muster ach mann wenn die wenigsten muster hätten wie die fliegen aber wie haben die kein muster die fliegen einfach irgendwie die haben überhaupt kein muster wo man sagen könnte yo jetzt muss ich da hin jetzt muss ich da hin die fliegen ja da lang nö haben die nicht denken sie sich nö dazu auch und jetzt müsste ich hier danke habe ich ja noch glück gehabt und die tauchen überall auf noch einmal versuche ich dann gehe ich leveln in alle ewigkeit bis ich level 99 habe oder so es ist so schlimm so 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 lauf doch wieso bist du so schnell du bist so ein drecks schneller da gehe ich mal lass mich in ruhe okay leute ich gehe trainieren bis nachher herzlich willkommen zurück ich habe gelevelt und mein spiel ist slow warum auch immer so jetzt geht es wieder man warum ist das immer tot ich weiß es immer noch nicht so ich habe gelevelt auf level 8 und hoffe dass ich den jetzt irgendwie besser schaue hallo wo kommst du denn her gehst du da weg so muss ja echt nicht sein dass er auch noch hier rumläuft ja da reicht schon so und ich hoffe ich mache jetzt irgendwie mehr schaden bei den typen dass ich bezweifle achso ich habe mir noch ein bronzeschild gekauft also einkaufen war ich auch medical herbs hatte ich auch einige aber habe ich offensichtlich hier in offerta schon benutzen müssen alter die dinger machen mich so alle so und warum so alter ja nee das reicht ja nicht dass man mich einmal treffen kann nein wieso gibt es da nicht irgendwie noch so eine so eine schutzzeit dass man in der zeit nicht wieder getroffen werden kann wie jedes andere spiel auch hat nur dieses nicht jetzt ist er natürlich auch wieder da das ist natürlich jetzt ätzend dass er immer dabei ist so oh bitte das meine ich denn man wird zweimal getroffen obwohl man noch gelingt und gerade erst getroffen wurde und das ist so ätzend ja und renn du von ecke zu ecke du sack lass mich nicht mal kurz verschnaufen oder oh gott das werden immer mehr das sind so brainlags die ich dann auch habe wo ich dann einfach mal rumstehe rumhüpfe und mir denke hallo ist das schön hier ah nein nicht bis level 3 für den möchte ich kein mana verbrauchen ach jetzt habe ich es doch getan oh er haut ab wenn der boss kommt das ist schön so deine drecksteine man kann sich hier nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren das ist so ätzend und ich möchte schon gerne ein aufgeladenes schwert oh gott nutzen bei ihm weil wie lange soll ich denn bei dem hängen und wie lange soll ich das überleben weil das überlebe ich ja schon nicht lange oh gott oh ey was ein drecks boss und jetzt komme ich mit der störung nicht klar so alter wow jeder treffer regt mich auf bei dem boss wenn man selber nichts trifft und man schon stirbt und wo man überhaupt nichts getroffen hat hat man kann auch nicht über den drüber springen oder so das ist der regt mich voll auf grad so ein miste einfach tief durch ab den schaff ich schon irgendwie gedekte kann nicht so schwer sein ach ja nee ist klar einfach nicht rum springen bringt hier eh nix einfach nur doof rumlaufen von wo kommen die her von unten das ist äh die kommen ja auch noch aus der wende raus oh gott und sowas was legt mich auch auf wenn er auf einen zu läuft und dann den weg versperrt ja ist ok komm ich weiß wer du bist ohne scheiß wenn ich den schaffe brauche ich eine therapie eine telefonseelsorge oder so irgendwie sowas ah vor allem wieso kommen so viele abgesehen ja schön ah alter die kann doch nicht so schwer sein ja ja also konsum alter wenn die dinger schon im boden stecken und mir wehtun kann ich doch nichts machen dagegen da sowas meine ich und ich bezweifle dass der voll aufgelandene schuss mehr schaden macht als sonst was und warum war der nicht voll ah ja heil dich und krieg sofort alles wird abgezogen aber ich weiss es man es ist so schrecklich es soll sein dass die bosse so scheiße sind hier und du bist einer von vier hast du gesagt von dir kommen noch zwei äh drei die haben kein system die dinge oder ich check's nicht das megaman und scheiß dagegen bei megaman erkennt man wie es noch system und die dort ja schön sehr schön schön ist anders da das meine ich null system in den dingen der eine fliegt links eine fliegt rechts der andere verreckt doch endlich wie viel schaden muss ich dir denn ah don't think you've seen even a friction of my power next time you see me it will be your last ja 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 Uah! Huh! Flame Brassel? Ja! Alter! Lass mich da durch! Moment! Warte! Safe State! Kristallis! Noch! Boss! So! Gespeichert! Ah! Wisst ihr welche Erleichterung das ist? Ich möchte den Schüssel ausführen. Was für Magic Power ist zu low? So! Jetzt riech da rein! Wer bist du? Oh Nephi! Ah, der Rest der Stadt ist okay! Ich freue mich wirklich für deine Erleichterung! Nephi! Proceed back into the cave! Es wird dich zu Portoar! Ich habe gehört, die Queen da hat strange Power! For surely she will aid you! Alles klar! Äh... Moment! Ich muss erst mal hier! So! So! Und... Endlich kann ich weiter! Wenn jetzt noch ein Monster in dieser Höhle kommt, rast dich aus! Wenn jetzt ein Monster kommt, was mich tötet, rast dich aus! Aber anscheinend nicht! Oh Nephi, guter Job! Ich will jetzt die Magik der Paralyse! Es wird die meisten Monster in dieser Höhle verletzen und verletzen die Menschen zu schlafen! Es wird für uns in der nächsten Stadt verletzen! Okay! Okay, wo sind wir? Ich habe Respekt vor neuen Gegenden! Ich suche erst mal die nächste Stadt erstmal hier so! Ich glaube hier! Sieht gut aus! Ah, super! Ein Eben! Lass mich schlafen! Egal, zahle ich die 100! Und hier beende ich die Folge! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!